Spieltag 22 steht vor der Tür und es gibt jede Menge Ausrasterpotenziale. 2000 Punkte, meiner Meinung nach realistisch möglich. Mit ein bisschen Risiko, aber das ist immer dabei. Viel Spaß bei All-Eisen-Championship. Ich habe es angekündigt, 2000 Punkte. Ich sehe es als realistisch möglich an diesem Spieltag, weil wir zum einen Freitagabend Leipzig daheim gegen Köln, zum anderen Bayern gegen den Aufsteiger. Dann haben wir jede Menge weitere Mismatches. Für mich das größte Mismatch des Wochenendes eigentlich Bayer Leverkusen gegen Stuttgart. Leverkusen haben wir noch ein paar günstige dabei. Und Sonnach geht es weiter. Hoffenheim daheim-Favorit gegen Bielefeld. Dortmund-Aussetz-Favorit gegen Union, die ohne Max Kruse jetzt auch erstmal echt einen sehr, sehr schlechten Eindruck in Augsburg hinterlassen haben. Also ich glaube, Finger weg von den Partien, das wäre so mein Take. Finger weg würde ich eher lassen von Freiburg-Mainz. Finde ich enorm schwer einzuschätzen. Freiburg ein bisschen, ein bisschen Downward Slope. Mainz krank. Also heimstärker als auswärts auf jeden Fall. Aber ich finde es schwer einzuschätzen. Frankfurt-Wolzburg finde ich auch enorm schwer einzuschätzen. Also ich hätte auch Angst, jetzt einen Kruse aufzustellen. Ich hätte Angst, einen Arnold aufzustellen. Ich hätte aber auch so ein bisschen Schiss vor dem Wolfsburger Trendwechsel. Und bei Frankfurt wäre ich auch ein bisschen vorsichtig. Und dann volle Kanone. Also es wird, ich kann jetzt schon mal prognostizieren, meine Aufstellung steht noch nicht. Wahrscheinlich wird es ein Mix aus Leipzig, Bayern, vielleicht ein Gladbacher, wobei ich für Augsburg auch mega Respekt habe in letzter Zeit. Die sind echt stabil geworden. Safe Palewakusener. Dortmund, wenn es vom Kapital reicht. Bei Dortmund muss man sagen, das Spiel ist zwar für mich ein kleines Mismatch, aber auswärts ohne wahrscheinlich Haaland zum jetzigen Zeitpunkt der Aufzeichnung. Und ein Hoffenheim vielleicht rein. So David Raun kann es eigentlich immer aufstellen. Nein, schauen wir rein. Gehen wir zur Aufstellung. Stellen wir auf den 22. Spieltag. Wir starten im 4-3-3. Schauen, eventuell gibt es noch Umstellungen, aber in der Kiste gibt es eigentlich die safeste Kiste des Wochenendes. Für den Marktwert spielt, muss keine Gedanken machen, hat einen kurzen Corona-Schock. Ich glaube, vorgestern, gestern war es Ulreich. Aber trainiert, voll da. Wird neuer Ersatz sein die nächsten Wochen. Wird im Marktwert, komm, wir haben es schon gesehen, im Marktwert geht krank nach oben. Ich glaube, der wird an die 10 Millionen rangehen diesmal. 8 Millionen vielleicht eher als Goalie. 9 Millionen vielleicht, wer weiß. 10 ist ein bisschen optimistisch vielleicht. Und jetzt gehe ich ran heute. Eigentlich gehe ich immer Risiko. Ihr wisst es. Treue All-Leist-Championszuschauer wissen es. Ich gehe immer Risiko. Heute, ich gehe auf Torbeteiligung. Mir sind Rohpunkte, die schmeiße ich aus dem Fenster raus. Rohpunkte sind mir sowas von egal. Ich gehe nur über Torbeteiligung und stelle echt auch, also ich gehe mit 4 Verteidigern. Ich gehe eigentlich immer nur mit 4-3-Verteidigern. Ich gehe heute mit 4 Verteidigern, wo ich mir Gedanken gemacht habe, das ist realistisch, dass da eine Torbeteiligung bei rauskommt. Frimpong, Heimspiel, Stuttgart, realistisch, gegen Dortmund schon eine Vorlage geleistet. Benzebaini, immer wieder vorne zu sehen. Geil Statistik, Podcast-Hörer wissen es schon. Der Kollege hat am letzten Spieltag die meisten Torschüsse nach Lewandowski und Sané. Die hatten jeweils 7 Torschüsse. Benzebaini, 6, die drittmeisten Torschüsse der kompletten Liga abgegeben im letzten Spieltag. Und ich glaube, das wird gegen Augsburg nicht anders. Dann noch Guardiol, Heimspiel gegen Köln, viele Rohpunkte und sicherlich auch Standards, Freunde. Ich habe mir Kölner Standards nochmal angeguckt. Modest hat tatsächlich einiges klären können die letzten Wochen. Modest fehlt. Ich glaube, Anfälligkeit der Standards steigt da ruhig ein bisschen für die Kölner. Und Guardiol vielleicht mal mit einem Nickerchen. Mit einem Nickerchen oder pass, schickt ein Kunku in einem Konter ein Kunku-Netz. Anderes Szenario. Das, was wir schon öfters mal bei Raum gesehen haben. David Raum, No-Brainer, kann man immer aufstellen. Auch schon 21 Millionen wert, aber die ist er glaube ich auch wert. Gerade im Heimspiel gegen die Arminia. Jetzt haben wir gar nicht mehr so viel Kohle übrig, aber bekommen wir hin, ich würde zuerst mal die Bayern wieder reinzaubern. Ulreich haben wir, wir dürfen noch zwei weitere Bayern. Gehen diesmal mit den Toren. Wir gehen mit Torbeteiligung. Lewandowski und einer, der für den Preis auf jeden Fall auch relativ cheap ist momentan und auch die Torbeteiligung liefert in den letzten Wochen. Hat in den letzten drei Partien zwei Buden gemacht. Tolisso in Form und nimmt uns relativ wenig Kapital weg. Guardiol, der erste Leipziger, da kommen noch zwei. Freilagabend, ich sehe es als wahrscheinlich zweitgrößtes Mismatch an diesem Wochenende. Neben Leverkusen und Stuttgart, irgendwann fange ich an, Phrasenschwein. Fünf Euro, wenn ich Mismatch sage, aber ist es nun mal meiner Meinung nach. Wir gehen mit Silva als Abschlussstürz, Silva, kommt schon, egal, da bin ich ja ganz nervös, wenn ich andere Silva hier aufstelle und einen Kunku basteln wir rein. Die beiden, ich sehe schon, Guardiol, ich habe es ja vorhin angebracht, der macht die Vorlage auf den Kunku, der muss den Kunku natürlich auch aufstellen. Und jetzt wird gebastelt. 20 Millionen sind über. Szenario. Jovicic packe ich vorne rein und hier packe ich Bellarabi rein. Zweieinhalb Millionen oder gehe ich auf, kann ich auf Mbolo upgraden? Das reicht nicht. Gehe ich auf Player upgraden, Jovicic, Player, Wind, da gibt es, es gibt einige Stürmer in der Kategorie. Runter Demirovic kann man eventuell auch riskieren. Belfodil sehe ich nicht, da sehe ich Jovicic eher. Wir machen eine Abstimmung. Abstimmung, Jovicic, andere Möglichkeit, Player, andere Möglichkeit, Wind, andere Möglichkeit, Demirovic. Jovicic, Demirovic, Wind oder Player? Alle vier in den Kommentaren. Stümpelt ab und schreibt auch gerne dazu, warum ich mich für denjenigen entscheiden sollte. Jovicic lasse ich jetzt mal drin, einfach nur der Form halber. Player wäre eigentlich auch geil. Player wäre so ein Comeback-Spieler, ey. Wind ungern eigentlich gegen Frankfurt und Demirovic daheim gegen Mainz. Demirovic muss halt auch treffen. Aber Player muss auch treffen. Jovicic muss auch treffen, um gut zu punkten. Das ist die Risikoposition. Stimmt ab in den Kommentaren. Nachdem ich schon Matze Ginter empfohlen habe, unten zu lassen, nachdem ich Andrika Maric empfohlen habe, unten zu lassen, nachdem ich letzte Woche Angelinho empfohlen habe, unten zu lassen, haben wir heute wieder eine Bencham-Empfehlung aufgrund der Statistiken. Statistisch gesehen ist Mainz das viertstärkste Heim-Team. Das heißt, daheim so ein Onisivo, ein Burkhardt, ein Stach, ein Innenverteidiger, Sorgius fällt ja aus, Nierkate, ein Haken Bell, raufzaubern. Meine Empfehlung aber für das Spiel in Freiburg, weil Mainz das 17. stärkste oder man kann auch sagen das zweitschwächste Auswärts-Team der Liga ist, kaum Mainzer aufstellen. Und gerade meine Bench-Empfehlung geht Richtung Karim Onisivo und Johnny Burkhardt. Das Sturm-Duo, sogar primär Karim Onisivo, weil ich glaube, wenn jemand trifft, wenn das eine Tor fällt für Mainz in Freiburg, dann eher Johnny Burkhardt. Meine Bench-Empfehlung an diesem Wochenende. Deswegen Karim Onisivo. Ich sage nur Platz 17 der Auswärts-Tabelle. Hätte ich nicht gedacht. Das sind nur Statistiken, die hier sprechen. Platz 17 der Auswärts-Tabelle. Inzwischen, ich habe am Anfang des Videos gesagt, ich habe ein bisschen Respekt vor Mainz in Freiburg. Freiburg macht das Ding. Freiburg macht das Ding und Onisivo geht mit 64 Punkten maximal vom Platz. Wäre Bock auf eine Wette? Reine in den Kommentaren. Wo ihr abschließend auf jeden Fall noch teilnehmen müsst, ist die Kick Base vs. Sky Challenge. Und ihr könnt euch entscheiden. Für eine Seite, entweder seid Team Kick Base oder Team Sky. Schaut in der Challenge vorbei und sahnt vor allem ab. Und seid präsent in unserer Episode. Wöchentlich 15.30 Uhr, Sky Sport, Bundesliga. Und auf Abruf, wer wird MVP? Mit Tiddy und mir. Zieht sie euch rein. Und schönes Wochenende. Viel Erfolg. Viele grüne Balken. Viel Erfolg in der Championship. Ich hoffe, ein Platz hinter mir ist noch frei. Tschüss.